Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Seitdem Thomas Reis ja unser neuer Cheftrainer ist, wurde viel darüber diskutiert, wie denn sein Trainerteam nun ausschaut. Mit Markus Gelhaus hat er ja seinen Vertrauten als Co-Trainer mitgebracht. Ansonsten haben wir mit Matthias Kreuzer, Benimiano Molinari und Mike Büsgens noch weitere Co-Trainer. Sicherlich ist das möglicherweise ein Ticken zu viel. Schon gut möglich, dass Minimum einer auch im Laufe der Winterpause gehen wird. Und dort gibt es nun auch Neuigkeiten. Denn laut der Bild-Zeitung spricht aktuell auf jeden Fall viel dafür, dass sowohl Matthias Kreuzer als auch Molinari keine Zukunft auf Schalke mehr haben. Zumindest mal nicht als Co-Trainer. Matthias Kreuzer war ja nun auch schon Interimstrainer beim Spiel gegen Hertha BSC, ist ja auch im Klub hoch angesehen. Auch Thomas Reis hat in der Pressekonferenz bereits geschätzt. Aber logischerweise spielte er aktuell nicht mehr eine ganz große Rolle, wie vielleicht auch zuvor unter Frank Kramer. Molinari, der gilt wohl als Integrationsminister laut der Bild. Sprich war eben auch aufgrund seiner sprachlichen Fähigkeiten sehr, sehr wichtig. Aber ist ihm auch genau mit der Aufgabe womöglich bei neuen Spielern gescheitert. Und deswegen ist wohl sehr, sehr gut möglich, dass er gehen wird. Mike Büsgens gilt auf jeden Fall weiterhin als sicherer Co-Trainer. Er besitzt eine grundsätzliche Jobgarantie. Es ist durchaus möglich, dass man an seinem Profil zumindest vom Namen her etwas verändern wird. Denn Mike Büsgens ist ja aktuell offiziell Co-Trainer, aber eben auch schon eher dieser Talentförderer, der auch als Übergangscoach wichtig ist für die Knappenschmiede und den Profibereich, wo er sich auch am wohlsten fühlt. Deswegen bin ich mir auch sicher, dass Bujo an Bord bleiben wird. Matthias Kreuzer wird mich schon sehr wundern. Fände ich persönlich auch sehr, sehr schade, weil er mir in seinem Auftreten sehr gut gefällt. Er eben auch schon sehr, sehr lange mittlerweile auf Schalke ist. Hat ja damals auch Hüb Stevens mitgebracht. Und gut, Molinari können wir, glaube ich, alle am schwierigsten einschätzen, weil er eben erst kurz nachdem Frank Kramer gekommen ist. Da ist er auf Schalke. Er wäre sicherlich der, wo es am logischsten erstmal klingen würde. Kreuzer fände ich durchaus überraschend und Büsgens wird. Und das auch vollkommen zu Recht auch an Bord bleiben. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.